Achtung, es könnte ein bisschen laut werden! Ich habe die Summon-Einstellung schon gemacht, aber der Startbildschirm ist immer noch irgendwie ein bisschen laut. Among Disleep Ja, und damit Seid gegrüßten Liebzwerge, Genomer Hobbits und Englodern zu Among Disleep Ja, wir spielen hier ganz hoch geben, in dem wir ein kleines Kindchen spielen können. Auch sehr schön, wie man hier allgemein kann man auch den Pyjama die Pyjama-Farbe einstellen. Pink Ich nehme noch Violett Regenbogen Rot Ich nehme Violett, auch Regenbogen schon ein echt schönes den Purple hier anwenden den Violetten Stabanzug Violetten-Strampler Wir spielen in diesem Spiel ein kleines Kindchen und es ist auch, wie ihr schon hier im Startbildschirm seht, wenn es auf der Perspektive von dem kleinen Kind und was also von der Frosch-Perspektive gefilmt, so animiert und man man ernehmt die Elbträume des kleinen Jungs oder Mädchens, ich glaube es ist ein Junge, ich bin da nicht ganz so sicher des Kleinkinds, des Babys, erlebt man hier im Abenteuer. Ich hoffe, ich werde mich nicht zu dollen gruseln, ich werde mich jetzt nicht zu oft verjagen. Ich habe mir bisher erst zwei, drei Trailer davon angeguckt, wie immer. Und ja, bin mal gespannt, ob das mich zu sehr traumatisiert und ich mich zu sehr erschrecke. Ja, ich kann ja jederzeit aufhören und was anderes spielen. Dann machen wir es mal so. Also die Trailer sagen jetzt aushaltbar aus, also wir müssen ja mal schauen, wenn das wird. Ich hoffe, die Sound-Entstellung können wir später auch nochmal machen, aber ja, ich hoffe, es wird jetzt nicht allzu laut, also die Sound-Entstellung mit passen. Auf geht's würde ich sagen, wir starten in eine neue Geschichte. Starten ins Abenteuer. Okay, mit VASD wird gespielt. Spaces, Climps, Stand-Up. Structus ist Crawl, Sprint, Look Around, Interact. Da werden wir ja noch, werden wir noch relativ, ja, ist noch relativ einfache Steuerung, werden wir noch, werden wir noch rausfinden im Spiel, wie sich das ganz genau steuert. Drückt an den Bibel getastet. Ich nehme die. Oha, was haben wir denn hier? Ach, du Schreck. Sieht grauenhaft. Oh, ähm. Ist denn ein Glas? Das ist perfekt. Ähm, Sekunde, können wir mal ein bisschen Audio, doch ein bisschen unterstellen, und wir uns gesamt so, meine ja, vielleicht doch. 75. Werden es schon wieder bräunen, ja, machen wir es mal, ja, 65. Ein bisschen unterkann es schon. Wait, ich habe natürlich auch, ja, hier kann ich auch noch ein bisschen outer. Okay, Mann, wir machen uns essen. Oh, hier ist unser Strandplan. Und... da. Perfekt. Ohohoho, schau mal an dich. Du bist so dumm. Ich habe so dumm. Ich habe so dumm. Ich habe so dumm. Ich habe so dumm. Happy Birthday, sweetie. Happy Birthday, sweetie. Wow, zwei Jahre her. OOPS. Ist immer noch ziemlich leise. Ich möchte eine kleine Patientin wissen, der bereit ist, für ein Kekreis. Chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chug-chug. Okay, ich habe voll A gemacht. Oh was? Essen, Kuchen. Haben, haben, haben. Kuchen haben. Nicht gehen. Geburtstagskuchen. Was machst du? Mami? Du gehst zwei mal in der Space und das Intrug zu überspringen. Nein, das will ich nicht. Wir schreien. Mami. Kuchen essen. Kuchen haben. Mami. Mami. Kann ich schon gehen? Achso, wir gehen nach oben. Mami ist irgendwie creepy. Das ist irgendwie, ja, das ist diese Perspektive. Das ist, ähm, die Mami macht mir irgendwie Angst. Ähm. Die Suchkraft. Oh, okay. Schön wie bei jetzt Studio. Ah, die Haare hier. Die Suchkraft umgucken. Das werden uns noch schnell abgewöhnen. Ja, das werden wir schnell. Oha. Hier wird alles dunkel. Angsterregend. Präsenz. Amon. Unter dem Schlaf. Wenn man das so übersetzen kann. Amon. Us ist unter uns. Also unter dem Schlaf. Also unter, unter Schlaf. Unter Schlaf. Hier sind wir. Hm. Now, let's see, what's inside. Maybe it's a new toy. Kann ich jetzt krabbeln oder? Nein, kann ich mir noch nichts machen. Oh, ein Teddy. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mami will be right back. Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. Was denn? Das ist jetzt mein Teddy. Ich will mein Teddybär haben. Hey, das sollte ein Geschenk aufmachen. Hey. left mouse button, um auszuwählen. Hier können wir Würfel nehmen und Würfel werfen. Na, ziemlich hoch hier. Da. Oha. Die Störung so ein bisschen. Ops. Mausempfindlichkeit noch einstellen. Sichtfeld 80. Okay. Mausempfindlichkeit. Jetzt. Besser oder schlechter ein. Genossen. Hm. Sekunde kann man ganz runter. Ich muss nicht so empfindlich sein. Ja, ein bisschen besser kann es natürlich schon. Auskletzung. Wer ist das? Ja. Wenn wir uns schnell umsehen können, können wir es noch so machen, aber wenn wir es langsam umsehen wollen, geht das jetzt besser. Geht das nicht mehr so umkauft. Sehr schön. Denkst du geht's? Man. Man. Mano. Würfel. Werfen. Hm. Geht es? Es ist unüberwindbar. Überwindbares Hindernis. Und durch krabbeln. Es gehen jetzt schnelles Laufen. Aha. Es passt zum klitteren. Oha, sorry, riecht wie eine Humus-Attacken, wirf und hops, rennen kann ich sogar, jahuuu. Sekunde, meine Fresse. Lass mich hier nicht auf dicke. Aha, da ist Wäsche drin, da können wir nicht reingucken. Können wir das aufmachen und hochklettern? Ohja. Und Geschenk haben, Teddybär. Äh, was? Wo Teddybär? Wo Teddybär? Wo Teddybär? Okay. Wir müssen randalieren. Randale. Riepi. Froschi. Wo nah hin. Froschi. Froschi auf Knopfi. Schuf, schuf, Eisenbahn. Wenn ich die Eisenbahn nehme, ist ja blöd. Eisenbahn, Eisenbahn. Ein Buch, Klötzer. Erstmal nicht umwerfen, das ist ja. Sagen gibt's. Baukletzen. 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 Baukletzen spielen. wo ist man man kommt jetzt entspielen so ok kurz hier im regal das regal können wir nichts rausnehmen das ist seltsam objekte verschieben ok schank ist versperrt kann man nicht sehr traurig so gefährt so gefährt als ob ich nicht hochgefährt spielen kann das ist ja scheiße fußball ist immer das kann ich das ist drin ich will es beim schrank nachgucken ich will es mal schanke gucki das mag ich nicht dunkel du bist böse guck einmal was der hier macht hatte ich gehöre vielleicht mal spiel greif kaputt machen entziehen mir nicht kenne so wenig sachen kaputt machen welche realität spielt das hier so ein freilaufendes kind nicht das ganze webinar zerstört na gut und hier ist auf oh teddy du kannst sprechen natürlich kann ich sprechen ich mein name ähm ich heiße Zwergi let's play a game teddy 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 rumwirbeln teddy teddy gegen die wand schmeißen teddy fast zerstören als ob ich den als ob ich teddy nicht greifen kann so unrealistisch das spiel ok oh was hast du ähm was 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 da bist du ach so wir sollen was finden wir sollen irgendwas finden was er versteckt hat bestimmt im Schrank getting warmer super warm komm hier auf na nana super warm ähm komm was du mit teddy ich bin schon hier bin hier drin Schaltzüge zu machen komm teddy hier hier Elefant hier Elefant hier Elefant gefunden oh oh danke teddy fürs schieben danke 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 em musicbox du musst gleich von einschlafen Ne, ich bin noch zu oft gedreht. Oh, Tilikanesen. Noch ist das Spiel ziemlich süß, aber wartet mal. Teddywürfel, 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 Teddywürfel. Wenn ich den schon nicht anfassen kann, Teddywürfel. Wie unrealistisch dieses Spiel. Teddywürfel, Teddywürfel, Teddywürfel. Das nicht alles rumwerfen und versucht zu verschlucken. Das ist so unrealistisch. Das den Teddy nicht packen und auseinanderziehen kann. Du gehst mich auf deiner Beine. Ich will dir etwas zeigen. Ähm, muss ich wieder. Ähm, ich gucke nach hinten. Oh. Könnt ihr die anfassen? Äh, was? Woher ist die? Du. Okay. Aber der Schrank. Der ist dunkel. Aber dunkel mag ich nicht. Dunkel ist böse. Dunkel, die die Angst machen. Dunkel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dunkel. Ich hoffe, dass du hier bist. Oh nein. Wenn du in einem dunklen Ort fühlst. Oh nein. Wenn du in einem dunklen Ort fühlst. Oh nein. Wenn du in einem dunklen Ort fühlst. Wahrscheinlich ist es ziemlich tief. Die umarm. Oh. Die umarm. Die umarm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube nicht, dass wir hier sein müssen. Wir müssen uns bemerken. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Vielen Dank. Ach du Schreck. Ganz gruselige Horonania. Oh je. Oha. Riesigemente. Ach du Schreck. Teddy. Die Leuchter. Oh nein. Wo sind wir hier? Der Flacker des Lichts. Der Flacker des Lichts ist niemals gut. In Horror spielen. Oh nein. Das ist gar nicht schön. Oha. 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 Was habe ich gehört? Oha. Oha. Spielen. Oha. Oha. Schlimmer Geburtstag. Mami war nicht zum Spielen da. Mami war die ganze Zeit beschäftigt. Schlechter Geburtstag. Schlimmster Geburtstag ever. Oh, Musik. Nur schlafen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017